Musik Also tschüss dann, der Dreh hat mal wieder voll Spaß gemacht. Ich freu mich schon auf den fertigen Film. Ja. Ach der Typ von der Requisite hat mir das hier in die Hand gedrückt. Kann ich dir das grad mitgeben? Klar, kann ich nehmen. Alla, tschüss dann. Ja, tschau. Alter, mach krass. Fette Schicksal wieder, oder? Ja, absolut. Hast du die eine gesehen? Die hat einen krasseren Arsch wie hier Megan Fox, oder? Hä? Ey, ich schwör, Alter, was so? Was schon meinst du, Mann, ey? Mann, die da so geil abgetanzt hat, Alter, die hast du doch gesehen, oder? Mann, ich schwör dir, morgen geh ich wieder disco. Ja, ich bin dabei, Mann, ey. Geht ab, Mann. Jeden Falle, Alter. Ey, Kevin, Digga. Guck mal da vorn, hä? Ist doch auch heiß, oder? Boah, ey. Ey, komm, Alter. Nur die geilen Schicksal unterwegs, oder, hä? Die geh ich voll ab, Mann, ey. Ey, Süße, hä? Wie ist denn deine Nummer? Ich simms hier mal Porno. Ja, Porno. Ich schwör, du bist die verdammt geilste, die ich heut gesehen hab, ja? Komm, kommst du mit raus, dann geb ich dir was zum Blasen, oder? Das ist aber mal genug, jetzt lass ihn mal in Ruhe. Hat die was gesagt? Nö. Also. Was denn? Hey, ich kann dich nicht richtig befriedigen. Könnt ihr sie bitte? Ach, komm schon, Süße, hä? Richtig geil, wir drei, oder? Zusammen. Ey, der Kevin, der hat so'n Ding, oder, Kevin? Was sagst du dazu, Alter? Alter, das geht sauer ab, Mann, ey. Muss ich auch sagen, ey. Hä? Was ist denn, hä? Richtig krass, ja? Boah, Kevin, ey. Richtig geil, oder? Die geht sauer ab, Mann, ey. Komm schon, hä? Hopp, hopp. Ach, komm, Schätzchen. Komm, ey. Hä? Dann sag dir nix, Mann, ey. Richtig geile Zitten, oder? Aua, Scheiße, Mann! Meine Nase! Scheiße! Ey, warum so aggressiv? Scheiße! Lass uns abmachen! Scheiße, schlepp mal! Los, Dustin! Danke für deine Hilfe. Lass preen. ngh BBL Dijk Pflask Dic glued